Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Morgen ist es wieder soweit, die Entwickler von Victoria 3 spielen die aktuellste Version ihres Spiels und wir können ihnen dabei über die Schulter schauen. 13.45 Uhr starte ich den Stream auf Twitch natürlich, 14 Uhr geht's los mit den Entwicklern. Und wer weiß, vielleicht ist es ja auch sogar das letzte Mal, dass das passiert, denn in zwei Wochen ist schon Release von Victoria 3. Und deshalb besonders interessant, was sie dieses Mal spielen werden, nämlich ist es Preußen. Die Community hat sich dafür entschieden und ja, ich denke, das wird auch wirklich sehr spannend werden, denn wir können dort sehen, wie funktioniert das mit Preußen und der Reichseinigung der kleindeutschen Lösung. Was geht vielleicht wieder alles schief? Also ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Nachmittag morgen. Wir sehen uns morgen 13.45 Uhr. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.